Guten Morgen, Hoheit! Guten Morgen, Sasu! Ich melde mich mit dem Morgenreport! Dann mal los! Affen gaffen affig und Giraffen tun sich groß und die Elefanten bilden runden Pausen los. Mich luden Krokodile ein, ihr Mittagsmahl zu sein, um mich dann zu beweinen, doch ich sagte Dank nein! Denn was ein schräger Vogel ist, das weiß der Geier auch. Darf witzig sein, doch niemals nütz, sonst endet er im Bauch. Das ist der Morgenreport! Höchst interessant, Wort für Wort. Man erfährt hier vor Ort, was ich tu da und dort, durch den Morgenreport. Was machst du, mein Junge? Nicht anfangen! Lass dir von einem alten Profi zeigen, wie das geht. Ach, und Büffel, Junge, tja, die Büffel... Schöner am Boden bleiben. Ja, genau, am Boden bleiben, ja klar. Und jetzt will ich keinen Ton hören. Safran-Gelb-Tieffarbe der Saison. Ganz ruhig, noch ein Stück und... Das ist der Morgenreport! Höchst interessant, Wort für Wort. Man erfährt hier vor Ort, was ich tu da und dort, durch den Morgenreport. Das war's. Das war's.